Ja, also ich meine, ich treffe immer mehr Menschen, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, die mir sagen, sie haben das Gefühl, sie werden von Verrückten regiert. Und ich meine, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich muss sagen, ich habe wirklich auch Zweifel an der demokratischen Verfasstheit eines Landes, wenn eine Regierung permanent und penetrant gegen die nach Umfragen ja durchaus messbaren Wünsche und Interessen der Menschen regiert. Und bei diesem Heizungsirrsinn ist es ja ganz klar, Forsa hat das ermittelt, 78 Prozent der Bundesbürger lehnen das ab. Die wollen dieses Gesetz nicht.